Seine Vertragsverlängerung unter der Woche zwischen 2014 ist mit viel Beifall hier heute auch noch mal. In der Nationalmannschaft oder bei seinen Beinen hat er kaum in der Decke gespielt. Die Sperre von Jakob Heine? Ja, hat er gefissen. Kaufmann wird sicherlich da auch die Nummer eins werfen. Das ist von Hansen, das war ein schwieriger Winkel. Naja, wenn man jetzt weiß, dass er zwei mal hintereinander verworfen hat, dann darf ich mir so einen Winkel einfach nicht lehnen. Der nächste Fehler. Entschuldigung bei Sankt Holzer, der nimmt das nur halbherzig an. Der Wurf zuvor hatte 111 Euro abgekauft. Die Sankt Holzer, der ist jetzt abgekauft. Die Sankt Holzer, der ist jetzt abgekauft. Die Sankt Holzer, der ist jetzt abgekauft.